Grüß Gott, Frau Kennele! Grüß Gott, Frau Kennele! Grüß Gott, Frau Kennele! Willen Sie das schon sehen, Frau Kennele? Was, Frau Kennele? Ich habe mir eine Perücke kaufen. Oh, das sieht sehr modern aus, Frau Kennele. Ja, ja, aber ich trage sie bloß bei der Kehrwoch. Ja, aber seien Sie beim Butzen immer schick aus. Die Perücke hat einen Hauspartikelfilter. Ah, für die Kehrwoch ohne Feinstaub. Ja, ja. Wie kriege sie ihren Trott war staubfrei, Frau Kennele? Ich dann am Schluss noch mit dem Staubblock überkomme. So, und das lernt, Frau Kennele? Ich hab ein umweltfreundliches Trott war. Ist doch kein Feinstaubproblem. Nein, 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 Frau Peter, ist doch mal ein Hightech-Trott war. Da wird der Feinstaub automatisch umgewandelt in Puderzucker. Und wer kratzt da den Puderzucker vom Trott war? Den lass ich da, 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 den lass ich. Da darf jeder da schlägen. Habe ich denn jetzt gern was anderem schlägen? Ja, ich weiß schon, was Sie meinen. Man kann schlägen, schlossen oder schlucken. Brot an die Gorschen eindrücken. Man kann schmecken und genießen. Auf der Hefensopf wird hier verwiesen. Schwäbisch ist der Lustgewinn. Es ist ein Aufbluten. Es ist nicht so belie non. Vielen Dank. Ich will auch Nein, presquenot auf." Untertitelung des ZDF, 2020